Na ihr, wollt ihr wieder sehen, wie ich elendig versage? Willkommen zurück. Ja, ich bin zu blöd Fürsten gefangen zu nehmen. So viel Schei schon mal vorweggesagt. Ich belagere jetzt die Bord, vielleicht kommen sie ja raus. Ja, das ist schön. Genauso habe ich es nämlich gewollt. Und kämpfen, kämpfen, kämpfen. 43 gegen ihre 47 greift den Feind an. Perfektes Land für uns. Die Kergiten sind zwar schnelle Reiter, aber das große Problem, was ich mit den Kergiten ja habe, ist, dass die halt keine gepanzerten Pferde haben. Die Pferde sind schnell platt. Und dann stehen sie dumm da, ne? Ich weiß schon, warum die Swadishin Ritter meine Lieblingsberitten sind. Die sind zwar ein bisschen langsamer und nicht so wendig, aber die kriegt keiner vom Gaul. Weg. Ich glaube, wenn Swadishin platt ist, hole ich mir auch eine Armee aus, Swadishin Ritter. Momentan ist mir das zu blöd, viele zu haben. Wegen Moralabzug und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich würde ja gerne treffen, aber man lässt mich nicht dran. Ah, ah, ah. Geht wie aus Beige. So macht man das. Wieso drehst du denn wieder ab, du Lümmel? Du musst die schon töten. Hervorragend gemacht, hervorragend gemacht. So, Leute. Dann zeigst du mir mal, ob ihr einen Fürsten gefangen genommen habt. Also der hier hat ja richtig was zu bieten, hörbar. Aber leider niemanden gefangen genommen. Wir sind gerade in der Nähe von Braben, da reiten wir da mal schnell hin. Und verkaufen das Zeug. Äh, Marktplatz bitte. So. Das weg, weg. Weg, 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 weg. Sonst habe ich nichts zum Verkaufen. Na gut. Kommt raus zum Spielen, Fürsten. Kommt raus zum Spielen. Ich hab Zeit. Ich kann warten. Die wollen nicht rauskommen. Dreckschweine. Sehen wir uns halt woanders um, Mensch. Magst du rauskommen? Du magst nicht rauskommen, das dachte ich mir. Es ist ganz schön schwer, hier mal jemanden zu finden, den man verkloppen kann, nur Leute. Das ist gar nicht so easy. Almera. Ich helfe. Ich komme. Halt durch, Karabug. Ich bin schon da. 130 gegen 30. Das klingt doch schön. Schusswaffe weg. Schwerter ziehen. Vorwärts. Au. Die legen es schon wieder auf mich an. Oh, Leute. Reicht richtig Platz. Los. Was machst du, Baum? Was machst du, Baum? Was machst du, Baum? Ich finde keinen der angeblich neuen Feinde. Letzter Kill. Gut, euch hier zu sehen, Leut Peter. Ha. Wir haben es den Schweinen da ganz schön gezeigt. Zack. Der Schafte ist natürlich mal wieder zu fliegen. Der elende Hund. Ich brauche einen Fürst zum Verköloppen. Und zwar Zicke-Zacke. Zicke-Zacke, Hüno. Danke. Blöckrindier wird nicht länger belaget. Schon wieder befehlern? Ich möchte einen Rodog-Fürst gefangen nehmen, bitte. Doch die schaffen es, ein Dauern zu fliehen. Ich finde das gar nicht lustig. Das kann ich euch erzählen. Komm raus aus deiner Burg, du altes Flittchen. Komm schon, ich habe nur die Hälfte von den Leuten, die du hast. Also kannst du mich ruhig angreifen. Dann nicht. Fahr zur Hölle. Da reiten wir nicht lang. Da sind böse Leute mit Rittern. Lord Peter, der Fürsten, Schreck. Das war ja jetzt eine ganz schöne Beförderung. Ich weiß leider nur nicht, ob die irgendwo vielleicht auch Fürsten von uns gefangen halten. Das müsste man alles ausprobieren, ne? Komm schon. Ach, du Ratten-Sack. So. Ich brauche die Gefängniswache. Wo habt ihr euren Knast, Leute? Pferdehändler, Güldenmeister. Arena. Ich suche eigentlich den Knast. Vielleicht kann ich ja irgendwie eine Erfahrung bringen, ob hier einer sitzt. Die dich befreien könnte. Um Beliebtheit zu erlangen. Ah, hier oben, das sieht schon richtig aus. Niemand ist momentan eingesperrt. Na dann. Kann ich ja auch wieder gehen. Uh, jetzt gibt's Haul. Jetzt gibt's Haul. Zeigen wir ihm mal, wie man richtig kämpft. Vorwärts, Männe. Vorwärts, Männe. Wie direkt wieder auf mich feuern, ne? So, also zwei hab ich schon. Okay. Los. 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 Also, hier gibt's jetzt richtig Kloppel. Komm schon. Das lief doch richtig gut, diese Schlacht. Die lief richtig, richtig gut. Sehr schön. Ich glaube, ich hatte sehr wenig Verluste, während der Feind immens hohe hat, ne? Vorwärts. Ansehenswertes zwei. Das ist aber schön. Mehr Ansehen für den Peder. Da freute sich ein Jedi. Denn Ansehen und Ehre, darauf ist er aus. Denn anders kann er seinem Reich momentan nicht dienen. Darf ich auch jemanden hauen? Ich deute das mal als nein. Das machen die alleine. So kann's gehen. Oh, dass die immer abhauen können. Verflucht sollst du sein. Elenderwicht. Elenderwicht. Ritter. Alter. Waffenknecht. Pflanzenreide. Dab, 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 dab. So. Burg Elgallon hatten wir ja schon mal stark geschwächt. Beziehungsweise die hatten dann, glaube ich, noch 50 Männer oder so. Zwischen dürften es wieder mehr sein. Man kann ja mal gucken. Aus reinem Interesse, ne. 73. Ich will einen Fürsten gefangen, dem Verflucht. Alle können immer abhauen. Nein, hier sieht es nicht aus, als wäre hier noch irgendwer unterwegs, ne. Da ist einer. Da ist einer. Bleib sofort stehen. Zack. Ich werde bis zum letzten Mann kämpfen. Vorwärts. Oh, scheiße. Der Hügel ist nicht schön. Ich hoffe, da wo die stehen, sind keine Hügel. Hügel mag ich nicht. Ach, das geht. Ein Schuss ins Blaue. In der Hoffnung, irgendwas zu treffen. Reitet doch nicht alle dem Fürsten hinterher, Mensch. Du müsst die Hauptarmee angreifen, Leute. Die Hauptarmee, seid ihr dumm. Schubidubi-dipi-dipi-dip-dip-dip-dip. Dam-dam. Da-dam. Da-ba-dum-dum. Da-ba-dum. reitet sie nieder, macht sie fertig. Macht sie alle. So macht man das. Da sind noch ein paar Rodoks unterwegs. Oh, Pferd. Da-da-da-dam. Wir kriegen ganz schön eine drauf von uns. Das war's. Zumindest für diese Schlacht. Mal sehen, ob wir nochmal kämpfen müssen. Oh, einmal müssen wir noch an. Elf Anziehen haben wir bekommen. Hier bekommen wir jetzt noch zwei. Ach, machen wir sie fertig. Na, wo sind sie denn, die kleinen Schätzchen? Ach, da hinten stehen sie feige rum und denken, sie hätten eh ne Chance. Aber das haben sie nicht. Nein, nein, das haben sie nicht. Ganz sicher nicht. Und das war's auch schon wieder. Und jetzt bitte hau nicht ab, Fürst. Ich brauche einen Gef... Oh, wieder keinen Gefangenen hier, oder was? Was soll das? Immer können die abhauen. Wie soll ich denn so Ehre bekommen, Mensch? Rückkehr nach Bravin. Wir müssen Zeug verkaufen. Mein Inventor ist schon wieder reich gefüllt. So, Futter brauche ich Futter. Ich brauche kein Futter. Ich meine, ich brauche schon Futter, aber Futter zum kaputthauen. Oh, sehr schön. Komm her, komm her, komm her. Dich hole ich mir. Und Attacke. Kampf bei Nacht. Und Sieg bei Nacht. Ihr werdet es schon sehen. Ah, vielleicht nehmen wir ja jetzt endlich mal einen Fürsten gefangen. Das wäre aber was ganz Feines. Pfum. Pfum. Kachinga. Awanga. Baum. 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 Tötet. 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 Vergess dich auch, die Verstärkung zu killen. Viel kann es nicht sein. Aber jeder Tote zählt. Viel zu früh gestochen, mein Freund. So, einer lebt noch da hinten. Der ist gleich platt. Ah, da ist auch einer. Hervorragend. Sucht den Fürsten. Ich will ihn gefangen nehmen. Der konnte auch fliehen. Dass die immer alle fliegen können. Das kotzt mich an. Ich will die doch freilassen, Mensch. Ehre bekommen und so. Und der hat jetzt Burg rein, die echt verlassen? Dann würde ich sagen, probieren wir mal unser Glück, nicht wahr? Da, 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 dam, dam. Schabba, da, dam, 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 dam. Ich weiß nicht, warum ich nicht treffe. Komm schon. Ich bin ruhig fertig. Ich bin ruhig alle fertig. Ihr paar Männlein. So, wie sieht's jetzt da oben aus? Ihr müsst jetzt langsam mal Hinnemachen. Weil diese Armbrustlimmel immer. Das sind wie die Pest. Hey. Ich will, dass ihr gewinnt. Auf mich wird nicht angelegt, Drecksack. Der hat tatsächlich mit seinem letzten Schuss noch ganz schön getroffen. Ich rutsche. Aber. Okay. Jetzt stirb halt. Keine Pfeile mehr. Na, wir haben hier ja auch gleich gewonnen. Hervorragend, hervorragend. Die Banditen könnt ihr behalten. Ich will das hier. Ich verlange auch keine Beladung. Haben wir gut gemacht, haben wir gut gemacht. Schnell noch eine Burg nebenbei mit eingenommen. So, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüsschen!